Wir spielen heute wieder Human Fall Flat und mit wir meine ich natürlich Junosch und mich. Viel Spaß! So. Ne? Ne? Ich habe keine Ahnung mehr wie die Steuerung geht. Ah doch. Ich auch. Ich wollte jetzt eigentlich, dass du mich erstmal anguckst. Boah, du bist irgendwie, ey, du bist auf einmal evil, Jesus Junosch. Weißt du, wie der heißt? Evil Banyosch, weil ich die Evil-Version von dir bin in meiner Version irgendwie. Ja, ne? Krass. Das ist die richtige Lore jetzt. Ja, tschüss. Okay, und deswegen bin ich böse geworden. Das kannst du selber beantworten. Ich bin der Gaukler. So. Ich nehme an. Okay, dann geht das schon wieder los. Ich kann das auch nicht. Ich hasse diese Steuerung so sehr. Okay, ich nehme an, wir müssen tatsächlich hier hoch. Ah. Ne. Ja. Trust. Pass auf, man muss das hier erst so hochdrehen. Ne, einfahren muss man das. Ich kann mein Ding nicht einfahren. Doch, jetzt. Zack. Oh, und dann das Ding wieder ausfahren. Oh, okay. Na, man meint, was macht... Ja, fahr dein Ding aus. Was macht der Narrenbanyo hier? Was mache ich? Ich suche auch immer echt ewig nach einem passenden Outfit. Also, beziehungsweise nach einem Outfit, was ich easy so umwandeln könnte. Das ist natürlich so ein... Ich bin echt auch in Wirklichkeit ein Clown. Mehr Aufwand als für die ganze Folge. True. So, und jetzt? Viel Spaß dabei. Oh nein, ich bin... Das hast du jetzt richtig schwer gemacht für alle. Ich bin wieder runtergehüpft wie so ein Idiot. Oh Gott, ich bin so ein Biest. Ich bin so ein Biest. Ich bin einfach runtergelaufen, weil ich zu dir geguckt habe. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh, war aber nur mit einer Hand, Jürgen, der Risk-Taker. Ne, das ist einfach... Das ist dein Bizeps, dein enorm großer. Wait, es gibt mehrere Wege. Also, hier gäbe es einen Weg nach oben? Müssen wir vielleicht nicht links hoch, hätte ich jetzt gesagt. Es gibt verschiedene Wege hier. Ach. Ah, save. Ja, du hast gesaved. Ja, okay, aber... Dann sind wir hier richtig. Ja, aber ich würde mich trotzdem interessieren, was da drüben ist. Also, obviously, kommt mal hier... Kommt man hier weiter. Kommt man hier rein. Dieses Spiel. Nein, okay. Okay, ich geh doch mal da drüben hoch. Was mach ich jetzt hier genau? Autsch. Ah. Ah. Oh. Lol. Was hast du da gemacht jetzt? Ich hab die Kiste geöffnet. Das sind echt Weinflaschen drin. Gute Boxbeutel. Ne. Oder? Ich hab's nicht genau gesehen. Das sieht ein bisschen so aus. Ja, ich bin chill drauf. Siehst du das? Ich bin richtig chill. Ja, Alter, richtig entspannt. Na ja, ist so ein Hyperboxbeutel. Ja, okay. Das ist irgendwie... Ich glaub, es sind doch keine Weinflaschen mit der Form. Wir sind nur nicht so die We... Also, du schon. Ich weniger der Weinkenner. So. Ich möchte hier diesen Knopf drücken. So, schauber. Oh, hups. Ich hab den Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Guck mal, der dreht sich. Kann sich da... Oh, da muss sich damit feuern. Oh, los, hab rüber. Okay, okay, okay. Ja, und wie komm ich jetzt? Ich fang dich. Achso. Warte, äh... Äh... Wie soll man das alleine schaffen? Ach, du hast ihn sogar gedacht. Du hast ihn gedrückt gehalten? Ja. Ähm, ja, weißt du? Safe einfach. Ich komme wieder. Schade. Hat noch nicht so geklappt. Es ist saven, warte. Du, du schaffst das. Ich bin gar nicht da. Ach. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, ist saved. Aber warte mal kurz. Okay, ich save mal. Ich glaube, ich bin hier rein. Es ist saven. Oh, ich bin saven. Ja, das let's go. Oh mein Gott. Ich bin da ein riesiger Staubi. Sauge. Older. Die Frage ist nur. Wie chillig bin. Guck mal, wie chillig bin. Wie stark ich bin. Wie chillig bin. Alter. Okay, die Frage ist... Hallo. Was muss man hier tun? Ich kann meinen Arm nicht mehr benutzen. Hier ist der gute alte Spongebob-Fanwender. Geh mal in den Ofen rein. Bitte verbrennt mich nicht. Okay, das bringt nichts. Hänsel, Junge. Hier könnte man kritische Witze machen, aber ich sage nichts dazu. Deswegen habe ich Hänsel gesagt. Ich glaube, hier gibt es was zum Aktivieren, aber ich kann halt leider nicht mit dem... Wozu bin ich hier? Okay, warte. Ich komme gleich zum Aktivieren. Bist du in Ofen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, ich glaube, dafür ist man nicht hoch genug. Dafür ist man schrei genug. Da... Da... Aber das ist, glaube ich, so nie... Okay, warte, warte. Da bin ich den High Ground. Uah! Uah! Den Pfannenwender müssen wir bewegen, by the way. Ja, das habe ich irgendwie nicht so angekriegt. Ach, nach da links. Ich dachte, man kann ihn nur fort zurückbewegen. Ah, und dann kann man... Dann kann man was? Ich bezweifle, dass man da hochklettern kann. Warte. So. Manjo. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber. Abkürzung genommen. Ehe. Nein! Oh, du Biser. Du kannst auch einfach hier rechts lang laufen. Ja, ich weiß, aber ich wollte es auf die coolen Wege machen. Ja, dann... Ich habe das Gefühl. Banjo. Ja, genau. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich hätte so eine Idee so, aber... Nee, vorbei. Ich glaub, was den Staub irgendwie anmachen. Ich wollt grad sagen, wir müssen den irgendwie aktiviert kriegen. Sind wir mal hinter den Staubsauger gelaufen? Ich nicht. Man kann x gedrückt halten für jumpen? Also, man kann Bunnyhoppen gefühlt! Okay, aber sieht mir nicht so danach aus. Von unten kann man irgendwie auch nicht rein. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt schon scheitern hier. Irgendwie verzweifeln jedes Mal nach 5 Minuten. Das kann doch nicht sein. Weißt du, was ich jetzt einfach mach? Was? Gucken, ob das geht. Was genau mir das bringt. Ich würd's herausfinden. Die lassen mich nicht mit dem Staubi nach unten? Weiß nicht, ob das so was bringt. Wenn ich ehrlich bin. Ist mir egal. Weißt du, wie wir noch gesagt haben, dass das nicht so lange dauern wird? Ja. Versuch dir irgendwie zu helfen, dich runterzuschutzen, ne? Äh, ohne ich häng ein bisschen. Ah! Na! Okay, ich hab einen guten Blick unter die Maps, sag ich mal. Ja, ob uns das weiterbringt? Ich bezweifle es. Das Ding ist, wir können es ja die Anwender auf die Seite schieben, aber was bringt uns das? Weiß nicht, ich kletter gerade auf die andere Seite der Mauer. Warte mal, weißt du? Mir ist doch was eingefallen. Warte mal, den Pfannenwender kann man bewegen. Und wir können ihn schieben. Haben wir schon mal probiert, den einfach mit hochzunehmen. Wie mit hoch? Ganz nach oben auf die oberste Dings. Und dann als Rampe benutzen. Oh! Ah! Ah! Der bleibt da stark? Oh my god. Also... Das ist zu mir scheiße. Ja, beschreibt es ziemlich gut. Okay. Ich dachte mir gerade so, irgendwas mit dem müssen wir ja machen können, aber... Warte, ich lass den mal los. Mach du mal. Ah! Ah! Nein! Manjo! Heb die... Heb das Ding jetzt! So jetzt! Hopp, hopp, hopp! Ah, endlich! Oh! Oh! Nicht abstürzen! Nicht abstürzen! Oh mein Gott! Wieso sind wir so dumm? Ja, weil ich habe auch keine Ahnung warum. Das war jetzt gar nicht so kompliziert. Nee! Ach man! Kinderspiel! Nee, ich glaube, es ist ja noch mehr weiter. Wir müssen nach rechts. Wir müssen nach rechts. Mach du mal fortsch. Der Zange. Hilfe! Hilfe! Nimm ich! Nimm ich! Ich sehe nicht, ob... Jetzt! Oh, sehr gut! Maschine! Dream Team! Das klang ins Salz und ein bisschen riskant aus. Ups! Alles gut! Wasserflasche? Kann man die hier stark umhauen? Okay, man kann die aber weghauen wahrscheinlich, ne? Nö! Geht die nicht? Nö! Nö! Da müssen wir hier rein vielleicht. Da wo die Tür ist. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Aber du hast es aufgemacht. Ach, warte mal. Ah, okay, man kommt von unten. Okay. Oh Gott bless. Ich dachte schon. Du hast das schon als Abkürzung gesagt. Ja, ich dachte schon, ich muss das nochmal außen rum. Das wäre auch lächerlich geworden. Okay, okay. Wichtig. So! Wir können den Staubi jetzt hebeln. Dann hebel ihn. Äh. Jetzt müssen wir das aufsaugen im Ofen, pass auf. Ja, gut, dass wir den Scheiß nach da unten geballert haben. Okay. So, dann saugen wir mal ein bisschen. Wir nehmen jetzt unser Ding. Kannst du mich aufsaugen? Ne, das macht gar nichts mit mir. Leider nicht. Schade. Schade. Ja, jetzt können wir den Staub hier saugen. Und dann können wir da unten durch. Staubi! Saugi! Ja, doch! Staubi saugi! Ja! Und weniger? Ja! Perfekt! Oh mein Gott! Ja, wir sind einfach Macher. Wir haben nur 10 Minuten dafür gebraucht, aber wir sind länger. Glaube ich. Ich will nicht darüber reden. So! Dafür wird jetzt alles ohne Probleme laufen. Das habe ich dir nur schon mal gesagt, dass du draußen einen lustigen Clip machen kannst. Ja, der wird runtergefallen. Bist du auch. Okay, okay. Oh mein Gott, wir dürfen Boot fahren. Ne, Auto dürfen wir fahren. Oh, noch besser. Aber wir müssen erst eine Batterie reinpacken. Irgendwann unsere Fahrkünste waren das letzte Mal schon scheiße. Okay, die Battery kommt hier rein. Links. Äh. Norden. Rechts. Süden. Achtung! Wir brauchen... Wir brauchen zwei, ne? Ach lol, auf der anderen Seite auch? Ja. Okay, meine ist drin, glaube ich. Das kann gut sein. Da drüben, siehst du das da drüben? Hat das damit vielleicht was zu tun? Oder brauchen wir dafür das Auto? Dafür brauchen wir das Auto, okay. Hier müssen wir dann aufmachen. Wir müssen da den Tennisball rausziehen, schätze ich mal. Okay, also... Ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass die Batterie vielleicht bei dem riesigen Kran da ist. Ich wollt grad sagen, ich glaub wir müssen hier rüber, wenn da schon so ein Stein steht. Wait, das sind ja Dinosaurierbüsche. Das sind Dinosaurier. Kommen wir da rüber? Ah, da. Ja, so. Ja, Dinosaurier. Let's go. Zwei Stück. Das sind einfach Dinosaurier ohne Gesichter. Oh, da ist ein, äh... Sag's, sag's. Sag, was ist es? Was ist es? Ich seh nur den, den langen Hals, dass der Brachios... Heißt der Brachiosaurus? Warte, warte. Welchen Brachiosaurus siehst du? Langhals. Der, da wo ich hinguck. Achso, den da, ja. Hey, was häng ich? Ich hab mir mein Bein gebrochen, siehst du das? Warte, ich kümmer mich um dich. Ich kümmer mich um dich. Ich hab mir mein Bein gebrochen. Schmeiß dich mal irgendwie von der Map oder so. Ich hab mir mein Bein gebrochen. Hade ich vor, aber es ist... Es ist grad ein wenig schwierig dich zu schleppen. Ich töte mich gleich. Du hältst dich irgendwie fest. Ich mach gleich Low Checkpoint. Was ist das? Ich bin wirklich... Ich bin ne Schakopuppe. Ich kann mich nur links und rechts wigglen. Ich bin Jack in the Box. Ich werde jetzt erstmal hier was einbrechen. Warte mal. Ah. Ich muss das jetzt einmal im Kreis schwingen. Und. Und. Bam. Zack. Sehr gut. Hä? Warte mal. Wozu hab ich das jetzt umgehauen? Ah ja, na klar. Wir müssen jetzt einfach eine Batterie hier klauen, wenn das an der richtigen Stelle ist. I see, I see. Okay, ich verstehe, verstehe. Ich verstehe. So, du sagst, wenn es passt, ne? Ja, ja. Jetzt passt's. Okay, und jetzt klauen wir hier eine Batterie. Joink. Und ich geh mal wieder rüber. Spielen wir jetzt eigentlich dann gleich Grounded, nachdem wir das jetzt hier durchgespielt haben? Ja, basically spielen wir grad Grounded 0.5. Ungefähr, ja. Steuerung ist ein wenig wobblier. Alles gut, ich bunnyhoppe grad mit der Batterie rüber. Digga, man kann ja wirklich bunnyhoppen wie... Also mehr oder weniger. Aber wie cool. Aber kann man auch bunnyhoppen? Ne? Okay, du musst links lenken, ne? Ja. Warte. Warte. Find ich dran, ja. Boah, du lenkst doch nach rechts. Okay, ich fahr nochmal kurz. Ich muss erstmal drüber hinkommen. So, komm. Ich hab links gesteuert. Ja. Ja, du musst nochmal kurz rechts rückwärts. Bin runtergefahren. Okay. Okay, jetzt geht's vorwärts. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Banjo! Geht's dir gut? Okay, vorwärts. Du musst so lenken, richtig? Oder haben wir's? Ja, sehr schön. Ja, das sollte eigentlich passen. Gut, gut, gut. Ja. Uh, da seh ich vielleicht ne... Uh, perfekt. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Sind wir mit dem vorne oder hinten ran? Vorne, vorne, vorne. So, jetzt. So, jetzt. Ich fall. Diese Steuerung ist so scheiße. Okay, warte, ich fahr nochmal rückwärts. Nein, warte. Okay, ja, ja. Okay. Jetzt rein. Ja, ja, ja. Jetzt rechts. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Es kommt nicht ganz durch. Okay, warte. Oh, warte, warte. Okay, ich fahr nochmal kurz rückwärts. Ja, ja. Okay, okay, das sieht gut aus. Achtung. Das sieht richtig gut aus. Was machst du denn? Ach so, doch. Ich hake ein. Ne, witzes. Banjo. Junge, was macht der da? Okay, so. Kannst du doch ein kleines Stück nach vorne fahren? Ja, warte, ich bin gleich da. Ganz minimales Stück. Nicht viel, weil sonst überfährst du mich. Na da? Nach vorne! Ich bin doch gar dabei. Okay, okay. Ja, ja, pass, pass, pass. Zu viel! Ich hab's nicht mal mehr in der Hand. Ich bin... Ja, das ist ja das Problem. Ich bin stark. Fahr rückwärts. Gerade ich. Mach ich. Okay, stopp, 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 stopp. Stopp. Die reagieren nicht direkt. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, passt jetzt rückwärts. Ja, ne, aber pass, 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 pass. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Rückwärts. Okay. Okay, und? Plopp. Perfekt. Ah, ich hab Salto hängen gemacht. Mehr oder weniger. Sehr stark. Komm ich auch. Digga, wie liege ich da? Alter, hast du mal richtig sexy gesehen, Junge. Mehr oder weniger. Oh ja. Okay, okay, okay. Oh Junge, ich hab so Schmerzen hier, wenn ich das sehe. Streichholz, interessant. Weißt du was, ich geh jetzt zu meinem Zwergenfreund da drüben und werd bei ihm leben. Der hat ne Axt. Was? Hat er dir schon die Tür aufgemacht? Macht er dir die Tür auf? Ja, ich glaub, wir müssen da gar nicht rein. Aber weißt du was ich mit der Axt auch wieder machen kann? Yeah. Jetzt. Ne? Hast du gesehen, was ich mit dem Zwerch gemacht hab? Ja, jetzt zeig ich dir, was ich mit dir mach. Nein! Komm her, Alter. Komm her. Ich banni hopp da vorn. Du hast keine Chance. Ich werd dich kriegen. Ich banni hopp halt einfach da vorn. Ich banni hopp dir jetzt hinterher. Was willst du denn machen? Nein, ich geh schwimmen. Bring dich um. Ich geh schwimmen. Nein! 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 Ich bin hingefallen. Oh Gott. Das ist ein bisschen knapp. Ich hol dich. Ich hol dich. Let's go. Niemals. Niemals. Ich tränke dich. So. Nein. Die Axt rettet mich. Ich halte mich an der Axt fest. So, hast du noch die letzten Worte? Oh. Nein. Okay. Einfach umgebracht. Okay, ich wollte jetzt sagen, ich bin da unten. Schade, dass ich keine letzten Worte bekomme. Der Zweck ist respawned. Ja, das weiß ich. Der ist respawned, als ich die Angst angefangen hab. Ey, wir müssen was anzünden. Ja, ja. Da ist hier eine Lupe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wir müssen hier das Boot anzünden. Also, nicht das Boot, sondern... Hier die Kerze auf dem Boot. Genau. Und das machen wir, indem wir zur Zeitlupe. Mhm. So. Hier ist noch Schatten. Die Blume muss weg. Ich fäll die Blume. Falls es geht. Wahrscheinlich denken wir wieder zu kompliziert. Wir denken zu logisch. Ich glaub, das ist eher das Problem. So. Achtung. Ah, ne, ne. Da ist schon so ein... Da ist schon so ein... Da brauchen wir auch ne Axt. Zack. Das hab ich aus Minecraft gelernt. Und aus Terranium gemischt. Zack. Let's go. Ich hab das in real life mal gemacht, du Opfer. Ich nicht. So, es brennt. Dann zünd mal an. Mach mal kleines Feuer. Äh, alles gut bei dir? Machst du grad Gewicht heben? Oder was ist dein Ziel? Okay. Du... Ich hab mich am Boden fest. What the fuck? Du hast gemerkt. So. Ähm. Willst du auch mal anfangen? Hä? Äh. Okay. Du, ich lass dich mal allein, I guess. Okay. Brennt's schon? Es ist despawnt. Hä? Was zur Hölle? Ich hab irgendwie das Gefühl, das brennt imaginär. Ja. Ich hab das Gefühl, das despawnt nur die ganze Zeit. Es ist auch wieder despawnt. Ha! So. Ich hab's jetzt angebrannt. Also ich tue mal so, als hätte ich's angebrannt. Ja, okay. Ich tue mal so, als hätte ich die Kerze angemacht jetzt hier. Hehehe. Nein! Warte? Pff. Ja, das macht gar keinen Sinn. Hehehe. Was zur Hölle? Ich mach grad einen Tanz harmonisch. Ein Tanz. Das ist so anfängt zu brennen? Ja, guck. Ich mach Stepptanz. Hast du was gesehen? Noch nie, Alter. Machst du die auch im Club? Ja. Machst du die auch im Club? Und so endet das dann? Oh. Ja gut, dann kommt's nicht so gut an, hab ich das Gefühl. Okay, entweder wir übersehen irgendwas, oder das Gamebuck der Wache böse. Dann cheaten wir jetzt einfach die Scheiße. Scheiße. Wir haben ja zwei Sonnenblumenteile, so was haben wir sonst mit denen machen. Außerdem ist die Sau leicht. Ich stemme das jetzt einfach da hin, halt's fest und du kletterst hoch. Oder Anachorn. Wir könnten da vielleicht sogar die Blume dann dagegen legen. Also ich hab's jetzt grad fest. Wenn du jetzt hier hochklettern könntest. Ich find knapp, ne? Okay, das ist machbar. Das ist so machbar. Das hab ich direkt gespürt hier am Anfang beim draufhüpfen. Oh Gott. Oh Gott. Aber die steht gut, die steht gut, da kannst du eigentlich hochklettern einfach. Chill, chill, chill. Let me try. Warte, ich steh nicht. Jetzt steht. Ja? Ne, das ist noch ein bisschen zu tief. Ne, ne, das ist noch zu tief. Ach, da musst du noch nur klettern. Du musst noch nur klettern. Ja, aber man kann ja nicht klettern, wir sind nicht bei Gangbeasts. Also ich glaube, ich steh gut. Oh. Kann schon, Banjo. Kann schon, Banjo. Kann schon, Banjo. Kann schon, Banjo. Ich seh deinen Schatten kämpfen. Banjo. Kämpf. Ja. Ja. Let's go. Ey, ich hab keine Ahnung, wie die Scheiße hier funktionieren soll. Aber, ähm. Wir haben's hinbekommen. Ach, du hast schon Ahnung. Hier ist das Safe Point, Junge. Alter. Ich glaub, man muss ja so den Scheiß hier runterziehen. Oh, warte, dann müssen wir den aber rüberholen. Hier. Zieh, zieh. Let's go. Wir können jetzt. Jetzt müssen wir das rüber und dann das andere mit hoch. Ich lass das hier einfach mal machen, ne. Ich kämpf schon mit dem hochkommen. Off. Ja, halt dich dann nicht an mir fest. Ich hab mich nicht an dir festgehalten, ich hab mich an deinem Scheiß festgehalten. Also du trägst es wie ein Fernseher. Ja, sauber, Fernseher weggeschmissen. Aber du kannst sogar mit einer Hand heben. Ich kann dir entgegenkommen, wenn du möchtest. Bei 6,50. Perfekt, perfekt. Okay, und jetzt müssen wir das irgendwie da so gegenstemmen. Hochkant. Ja, ja. Genau. Fast. Ich erinnere mich an andere Sachen, wo wir hochkant hinstellen mussten. Das war auch ganz wild. Voila. In dem Schneegebiet. Ja, ja, ja. Genau, das war genau dieselbe Eisscholle da, Alter. Ich hab's. Ey, Bande, du fetter Hofner. Okay, und jetzt schmeiß ich die ganze Scheiß hier runter und wir bauen uns irgendwie zum Sandkasten hoch. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ja. Hier für dich? Oh ja. Alter. Noch mehr für dich? Oh! Okay. Äh, wie viel fehlt jetzt da jetzt oben? Oh, ne. Autsch. Nein, ich hab nicht vertan. Mauer muss weg. So. Was machst du da eigentlich? Äh, ich häng irgendwie, ich weiß nicht. So. Dichtiger Hänger. So. Ja. So. Schau mal, ich hab dich nicht mal gebraucht. Hey, 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 hey. Alter, da hinten ist der Ausgang. Komm, das schaffen wir. Okay, da hängt Spongebob am Stecken irgendwie. Den brauchen wir safe. Da hängt auch irgendwie so ein Frosch. Kann man was der von mir will? Ähm. Wenn ich das schon wieder sehe, ist mir das alles... Digga, was mach ich? Wie schnell ich bin? Oh. Du schiebst dich gleich ins Aus. Ja, ja, hier sind auch noch ganz viele Sachen. Das ist auch noch ein Ballon. Und irgendwelche so Raketen. So, pass auf. Das wird jetzt hier angestöpselt. Okay, man braucht ja irgendwie ein Verbindungsstück. Habe ich das Gefühl. Oder kann man das hier rausreißen? Ähm, ich glaube, wir müssen diese Raketen... Siehst du die Raketen da drin? Wo drin? Du musst die Raketen... Also, pass auf. Ich sag dir jetzt, was du machen musst. Nein, nein, nein. Chill, chill, chill. Pass auf. Ich kann dir sagen, was du machen müsstest. Ich glaube, ich weiß, was du machen musst. Da kommen wir ja nicht hin. Doch, du musst nämlich, glaube ich, diese Pumpe an den, was da unten drunter liegt, dass damit dann das blaue Ding sich bewegt, dann kannst du die Raketen draustun und dann funktioniert das. Weißt du was ich meine? Ja, aber das passt vom Kabel nicht. Die Pumpe an den Luftballon. Ach, da ist ein Einstecker. Ah, warte mal. Ja. Junge, ich bin heute richtig gut, also spielerisch nicht, aber intelligent und so. Es reicht nicht von dem Ding her, dass ich den nicht rauskriege. Du kannst die Pumpe doch bewegen. Du kannst die Pumpe bewegen, what the fuck? Ich dachte, die ist da fest. Das ist scheiße! Ich bin endlich mal nützlich, Mann. Dann springst du da drum. Das ist ein geiles Blasebalk. Oh ja, uh, pump mehr, pump mehr, uh. Und mehr, komm, mehr. Und mehr. Und mehr. Und mehr. Und mehr. Geh ich da kurz eine holen. So, ich hab hier eine. Ah, die steckst du dann da ran. Richtig. Und dann müssen wir die nur noch mit einer Pumpe rüber befördern. Dann geht er die Tür auf. Okay, aber wir holen uns natürlich noch das Secret ab und holen uns Spongebob davon. Ich weiß nicht, ob das ein Secret ist, aber er macht das gern. Doch, wir stecken das jetzt erstmal ab hier. Okay, der Frosch. Ah, aber der hüpft nur nach oben. Okay, bist du bereit, um, ähm, mies dich bouncen zu lassen auf den Schwamm oder andersrum? Ah, das brauchen wir sogar wirklich. Weil wir müssen bestimmt die Murmeln da rüber schießen gleich. Oh mein Gott, wir brauchen das halt echt. Okay, stopp, stopp, stopp. Aber warum? 100 pro müssen wir das. Oh mein Gott. Okay, okay, chill, chill. Ich glaub, also, ich glaub wir brauchen das alles gar nicht. Doch, safe, safe, safe. Trust. Ja, da is' das so umsonst für Greif haben. Ja, 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 ja. Okay, warte, warte. Ist das scheiße. Oh mein Gott. Okay, okay. Ist halt richtig madrus Style. Ich lerne währenddessen des twerken in dem Spiel. Alter. Alter, das funktioniert ja wirklich gut. Warte, du verpasst hier was, guck mal rüber! Warte, warte. ok sieht gut aus sieht gut aus ich komme über das wahrscheinlich ins dann abgehen wenn ich hier drauf ich schätze feuer anschlag und ich habe das gefühl brauchen drei ja dann holt schon mal die die dritte raus anschlag und die bombe trifft durch braucht noch keine drei weg vielleicht ist es wenn man eine verfehlt dass sie ob das möglich ist du verwerst link also einmal pro einmal pro runde muss es sein ja einmal arschbord bevor wir jetzt reingehen ja genau bevor wir reingehen okay möchtest du das noch mal mit dem moment kurz mir noch mal erläutern für was wir die frau ja chill chill kommen wir mit wie kommen wir auf das grüne ding da hoch ja jetzt kommen wir da hoch nach wegen dem murmeln kommst du da hoch ja das ist aber auch zwei wege der meiner war besser ja ich bin gerade runter gefallen schlecht so ich habe mich an abgemurmelt würde dich fangen wenn du hier runter springt hat sich viel geändert ich möchte wissen was hier oben auf der burg ist oh mein gott wenn du das sehen würdest ich sehe es ja im video ja was ist denn da was ist da so was hast du nie in deinem leben zuvor gesehen ich bezweifle dass da oben irgendwas ist was mein leben verhindern genau hier genau an der stelle wo ich leider nicht ja schade ich schaue mir das video an ich werde es hin die kann man nicht mehr hören von oben rein ich fang dich ich fang dich okay warte yippie und ups ich hab dich let's go und jetzt ab da rein kommt entschuldigung du hängst ein bisschen du hängst ein bisschen du hängst ein bisschen wir kriegen das sind also und gleich mit dem stein jawoll sehr schön die können wir irgendwie die lobby äh beide nicht ja druck kreis ja die habe ich extra ausgesucht ja also back b was auch immer du für controller nutzt okay alter was geht denn hier ja das ist das ist ganz viel scheiße können wir so ein crazy-ass riesenrohr eine gondel gibt es hier eine achterbahn so dass gerade eine achterbahn genannt nein da ist noch eine achter ich habe geguckt weil die achterbahn fährt einmal drum rum die ist da direkt ich habe gedrückt schnell 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 geht's los ja oh gott oh ja ich dachte nicht mehr vorne muss ich festhalten ich auch wo soll man die hingucken okay ich bin jetzt first person gefühlt ich auch ah wir werden nach dem wasser alter oh ui ist das gold äh entschuldigung dass wir also wow okay ein bisschen schräg also mir geht's nicht so gut mir wird auch sehr schlecht bei Asterbahn irgendwas geht da jetzt abguck mal da geht es gleich runter und wow kurze frage wie schaffen wir diese drei loopings da gleich ich weiß es nicht ich sehe es auch siehst du was das für ein drop ist 90 grad wir werden sterben das ist wahrscheinlich kennengelernt zu haben es war es mit uns das ist hier oben ist die frage ein goldener tempel mit einer bomber glatt ach man musste abspringen oh gott hey ich bin nicht drin ich bin bei dir du bist bei mir jetzt okay doch nicht ich glaube wir werden jetzt leicht abheben ich sehe irgendwie gar nichts mehr wieso sind die so langsam langweiligste looping den ich in meinem leben erlebt habe ah ja ich bin jetzt bei dir mehr oder weniger was ist das jörg ist gerade ein spielcrash gerade bei mir was ist das hier ein scheiß looping das ist so langsam ich würde da richtig panik bekommen wenn das so langsam wäre ja stimmt im real life das wäre crazy im match du fährst so ein kmh so ein looping entlang ich glaube ich würde mein leben noch nicht freizufeln oh nein wir werden getaucht jetzt wir werden jetzt richtig gedippt einfach kurze kurze oh ach digga wir müssen gar nicht die luft anhalten was ist das hier für ein kampf äh leu hier ist aber so ein feuerstab ich glaube das sind alles feuerwerke oh oh ja ich glaube es nicht nur es sind auch feuerwerke Junge das geht ja richtig ab alter alter hier noch die ganzen schau mal hoch ja wie cool Junge wie krass ist das der ultimate kasse lobby ich tu die alle du die alle es leckt also der sound leckt ist das geil yo das ist ultra cool ist das wild komm her naja Entschuldigung jetzt sollst du mich ermorden dann Entschuldigung ich bin jetzt euch das Lagerfeuer Lagerfeuer Lied das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D und das Lied geht noch viel länger denn das Lagerfeuer 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 Lagerfe Schenk jetzt doch einfach mit! Was ist immer meine? Ich liebe dich, Bro.